Ein Ford Eco-Spot steht hier zum Verkauf. Der schwarzfarbene SUV ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Sitzheizung, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 17.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis